Willkommen zurück zu einer neuen Folge de Ponia. So, dann wollen wir mal... Irgendwas ist anders. Hat sie eine neue Frisur? Ach nein, sie ist gefesselt. Diese Erkenntnis wieder von Rufus. Es hängt also mal wieder alles von mir ab. Gut so. Genau, denn Rufus hat schon den Plan. Stahl in den Muskeln, Pudding im Hirn. Eine brisante Mischung. Aber auch nicht gefährlicher als der Rufus-Spezial-Cocktail. Nitro in der Planung und Glycerin in der Umsetzung. Stahl in den Muskeln. Eine brisante, aber auch nicht gefährlicher als der Rufu. Nitro in der Planung und... Okay, er denkt über beide das Gleiche. Wie sieht der Plan aus? Oh, der Plan ist bereits vollständig umgesetzt. Wir sind zumindest theoretisch im Besitz der Zielperson. Bravo. Und wie gedachtet ihr, aus der Nummer wieder rauszukommen? Für diesen Punkt entwickelt Donner gerade einen neuen Plan. Hm. Gegen diese Vorgehensweise ist eigentlich nichts einzuwenden. Okay. Wie sieht der Plan aus? Oh, der Plan ist bereits vollständig. Wir sind zu... Bravo. Und wie gedacht... Für diesen... Okay. Donner, dein Plan bitte. Hey, Donner! Psst, Donner muss nachdenken. Wozu? Bislang hat sie es auch ohne geschafft. Wie war das? Mich verlangt es nach einem Melonensaft. Ja, mich auch. Aber wir werden wohl vorerst hier drinnen bleiben. Auch wenn das heißt, dass wir verdursten müssen. Ähm, okay. Sie sieht nicht so aus, als hätte sie einen Plan. Es sollte nicht allzu schwierig werden, sie zu überlisten. In die Schleuse. Wir gehen mal zu Doc. Doc, alles klar bei euch? Mh, mh, mh. Ach so, der Knebel. So, jetzt besser? Ja, alles super. Na, dann kann ich ja wieder gehen, richtig? Ja. Na ja, ein bisschen Hilfe könnten wir hier schon gebrauchen. Ach. Okay, was ist passiert? Was genau ist passiert? Sie kamen aus dem Nichts. Na ja, genauer gesagt kamen sie durch die Tür. Sie haben uns einfach überrumpelt und gefangen genommen. Ich glaube, sie sind hinter den Aufstiegscodes her. Glaubst du? Na ja, sie sagten Sachen wie, wo sind die Aufstiegscodes und so. Ich habe versucht zu erklären, dass das im Moment nicht möglich ist. Sie wollten nicht hören. Tja. Irgendeine Idee? Leider nein. Mir sind sozusagen die Hände gebunden. Wir sind die Hände gebunden. Auch das. Vielleicht hat Lady Ghaul ja eine Idee. Ihre Datasette liegt noch im Implantat. Dieses Element an Donners Schläfe. Ist das eigentlich auch ein Implantat? Ja. Ich habe es selbst eingebaut. Wieso, fragst du? Ich glaube, ich habe einen Plan. Wohl lieber noch eine zweite Meinung ein. Du hast nicht zufällig noch eine Fernbedienung für Donner? Hey, natürlich. So eine habe ich tatsächlich. Sie müsste in der Schublade dort drüben liegen. Aber damit es funktioniert, müsstest du ganz nah ran. Überlass das mir. Habe ich eine Wahl? Nope. Ha. Ich versuche mal was. Ich würde dir ja die Daumen drücken. Aber die fesseln und so. Kein Problem. Hey, was soll... Ja, wir wollen nur... sicher gehen. Psst. Ghaul. Rufus. Endlich. Du musst uns hier rausholen. Ich arbeite dran. Dann arbeite schneller. Immerhin hast du mich auch in diesen Schlamassel rein manövriert. Ah. Du bist also Lady Ghaul. Und du bist gleich Lady Rufus, wenn du dich nicht beeilst. Was genau ist passiert? Sie waren plötzlich einfach da. Jörg hat versucht, mich zu verteidigen. Fast wie ein echter Gentleman. Leider war es komplett sinnlos. Sie waren zu dritt und bewaffnet. Tja. Geht es dir gut? Ja, wir machen hier gerade ein Picknick. Echt? Gibt's auch Pfannkuchen? Das war Sarkasmus. Ich weiß. Also keine Pfannkuchen. Ich wollte schon sagen. Rufus hätte doch gerne Pfannkuchen gehabt. Doch hat erwähnt, dass Donna auch so ein Implantat hat. Worauf willst du hinaus? Naja, wenn ich nur kurz deine Datasette entfernen könnte. Untersteh dich. Ach komm schon. Gib mir die Datasette. Nimm deine dreckigen Griffel von meinem Implantat. Hast du heute nicht schon genug Schindluder mit meinem Bewusstsein getrieben? Tja, ich hab dich ganz schön durcheinander gebracht, was? Ich könnte mir die Datasette auch einfach so nehmen. Ich warne dich. Ach ja? Wovor denn? Ich könnte dir zum Beispiel die Finger abbeißen. Was soll das heißen? Hast du ein Loch in der Luftröhre? Nein. Willst du eins? Hä? Nanu, seit wann hat Doc denn Champagner in seiner Praxis? Was? Wo? Sorry, Goal. Du wirst mir später dafür danken. Da haben wir unsere Datasette. Okay, wir haben in der Schublade. Ich darf doch, oder? Passt rein. Noch zwei Fernbedienungen. Klasse. Die sollten etwas Schwung in die Bude bringen. Mal gucken. Bei der einen klebt ein Etikett auf der Unterseite. Hey, da steht Donner drauf. Das sollte nützlich werden. Und die andere? Nanunana. Das ist doch die Fernbedienung, die mir Zukunftsrufus vorhin in die Hand gedrückt hat. Die die zu Leibold gehört. Offenbar habe ich einen Plan. Ich weiß es nur noch nicht. Okay. Donnerwetter. Donner hat also auch ein Hirnimplantat. Das sollte nützlich werden. Mist. Es funktioniert nicht. Was muss daran liegen, dass sich noch gar keine Datasette in der Fernbedienung befindet? Okay. Datasette. Können wir jetzt von Goal... Okay. Donners Fernbedienung. Hey, was tust du da? Netter Körper. Nur die Augenklappe könnte beim Zielen stören. Nicht! Nein, stört kaum. War das nötig? Hattest du eine bessere Idee? Ja. Zu spät. Na ja, zumindest haben wir eine Sorge weniger. Jetzt müssen wir nur noch die Rebellen überwältigen. Alles, was wir brauchen, ist ein neuer... Sag es nicht. ...Plan. Ich spüre, wie sich ein Geistesblitz zu mir vorarbeitet. Es liegen Genialitätspartikel in der Luft. Benutze Staubsaugermotor mit Kaugummi. Vielleicht später. Muss es denn immer ein komplizierter Plan sein? Ich dachte, das gefällt dir an mir. Du verwechselst mich mit Krawallgoal. Krawallgoal? Natürlich. Ich habe doch Liebolds Fernbedienung. Langsam kommt alles zusammen. Mein Vergangenheits-Ich legt Krawallgoal in Liebold ein. Die überwältigt dann Janosch, während ich mich um Garlef kümmere. Und zack, schon sind wir draußen. Vergangenheits-Ich? Was redest du denn da? Können wir nicht einfach auf demselben Weg raus, auf dem du reingekommen bist? Nein, das geht nicht. Wegen der Zeitkohärenz und Temporal-Dingsis und so. Es ist kompliziert. Das ist es immer, nicht wahr? Das erkläre ich dir noch. Wir müssen jetzt erst einmal Krawallgoal-Statter-Tassette finden. Hier, nimm die solange. Hey, Astrein! Du machst dich langsam. Zum Affen, ja. Vertrau mir einfach. Befreie du die anderen. Ich kümmere mich um die Rebellen. Vorher nehme ich mir aber noch eine Knarre mit. Und ich bekomme Donners Fernbedienung. Wenn's dich glücklich macht. Mann, das wird sowas von episch. Okay. Reich Eisen und Waffe. Endlich habe ich auch eine Knarre. Und? Wer ist jetzt der Bessere, hä? Blöder Zukunftsrufus. Okay. Waffe. Aber Zukunftsrufus hat ein Portal gemacht. Müssen wir vielleicht auch ein Portal machen? Und? Was ist jetzt mit deinem grandiosen Plan? Ich arbeite dran. Der alte Körper stand ihr zwar ein wenig besser, aber im Grunde kann sie alles tragen und sieht trotzdem noch spitze aus. Wieder ein Punkt, in dem wir uns ähneln. Okay. Hier haben wir die Fernbedienung. Ist da jetzt die Krawallgold drinne? Okay. Können wir jetzt mit Doc? Ist ja keiner mehr da eigentlich. Alles klar bei euch? Mmh. Ach so. Knebel. So. Jetzt besser? Ja. Alles super. Na, dann kann ich ja wieder gehen, richtig? Ja. Na ja. Ein bisschen Hilfe könnten wir hier schon gebrauchen. Ach. Okay. Ich versuch mal. Ich würde die. Aber die Fäße. Kein Problem. Hey, was soll? Wo? Ja. Können wir irgendwas mit Goal machen? Ich habe ganz vergessen zu fragen. Hast du etwas dagegen, wenn ich mir dein Bewusstsein ausborge? Astrein. Okay. Ich dachte, vielleicht sagt jetzt Lady Goal durch Donnerwas. Müssen wir wieder hier? Gehen wir in die Schleuse? Hey, aufmachen. Ich bin's, Rufus. Oh, oh. Das müsste jetzt mein Ich aus der Vergangenheit sein. Ich sollte lieber aufmachen. Sonst bringe ich noch die ganze Zeit Kausalität durcheinander. Ja. Äh. Uhu. Könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Ja. Die von Liebold. Es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey. Ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Ha. Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Puh. Gut, dass ich so ein perfektes Gedächtnis habe. Ein kleiner Fehler. Und ich hätte einen invaliden Zeitstrahl erzeugt. Aber was passierte als nächstes? Hm. Ah. Man sollte eh nicht in der Vergangenheit leben. Ähm. Okay. Wir haben ein Brecheisen. Für... Na, dann wollen wir doch mal. Cool. Okay. Und jetzt? Na, endlich. Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raum-Zeit-Krümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Tö, 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 tö. Mannen in Rufe. Okay, Wiederholung. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an. Ähm, muss ich jetzt das nehmen, was ich vorhin genommen hab? Oder muss ich Zibel-Zibel nehmen? An den Ausschlag im Genitalbereich? Vollkommen falsch. Du weißt ja wirklich überhaupt nichts über mich. Ich hatte niemals... Was ist denn jetzt los? Alles klar bei dir? Das ist ein Zeitparadox, du Pfeife. Scheiße, tut das weh! Warum nur? Oh nein. Irgendwas ist da wohl gerade schiefgelaufen. So ein Amateur. Könnte ich kurz reinkommen? Oh, oh. Das müsste jetzt mein Ich aus der Fall... Gut, dass ich so ein perfektes Gedächtnis habe. Ein kleiner Fee. Aber was passierte als nächstes? Hm. Ah. Man sollte... Okay. Wir müssen das alles so wiederholen, wie es passiert ist. Na, dann wollen wir doch. Cool. Und jetzt? Da sind wir wieder. Na endlich. Was brauchst du denn? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raum-Zeit-Krümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Man nennt ihn Ruf. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an... Okay, also denken wir an Zibel-Zubel. 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 Hä? Voll daneben, du Niete. Zibel-Zubel. Das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Pff, genau. Gib doch einfach zu, der sich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zibel-Zubel? Nun ja, ähm... Zukunfts-Ich, alte Socke. Na, das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Jetzt kommt der Papp mit der Knarre. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, äh... Findest du schon noch raus? Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Boah. Ist das etwa eine Knarre? Nein. Das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Darf ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Na gut. Dann befreie ich Goal halt. Bestimmt mache ich das viel lässiger als du. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genau so lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Hehe. Recht so. Oh, Frust. Ja, ja. Schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre. Richtig? Ja, doch. Durch das Portal. Ah ja. Und beeil dich. Hier schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. Alles klar. Was für ein Held. Aus mir wird ja noch was. Puh. Mein Trottel. Für wen hält er sich eigentlich? Aber nun zurück zur Mission. Es kann jeden Augenblick zur vollen Stunde schlagen. Und dann bin ich bereit. Hehe. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein wenig Geduld. Und darin bin ich unschlagbar. Geduld. Okay. Können wir hier rausgehen? Ich kann hier jetzt nicht weg. Die Uhr schlägt jede Sekunde die volle Stunde. Und dann ist es an mir, die Rebellen zu stoppen. Uhr. Oha. Es ist gleich soweit. Die Uhr kann jetzt je... Jeden Augenblick. So. Das reicht jetzt aber. Schlag endlich. Na los. Schlag endlich. Ha 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 ha. Uah. Hast du das auch gehört? Die Uhr schlägt zur vollen Stunde. Und mitten auf die zwölf. Zeit für dein Auftritt, Galef. Muss das wirklich sein? Jetzt stell dich nicht so an. Sonst gewinnscht immer du beim Schnick-Schnack-Schnuck. Aber sonst geht es auch immer nur darum, wer neue Pistrollen geht. Versuch dich nicht rauszureden. Einer für alle. Und das bist heute du. Rufus? Was treibst du hier? Es gibt eine Planänderung. Die Aufstiegscodes bleiben bei Goal. Du stellst dich gegen den Widerstand? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf der Titelseite des Blattes, das sich soeben gewendet hat. Was zum... Ladehemmung? Tja. Pech gehabt. Oder so. Rufus? Ha ha. Sehr gut. Du hast es alleine geschafft. Komm mit. Es ist noch nicht vorbei. Ähm. Warte mal. Aber Goal. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Naja. Wollen wir nicht warten, bis du wieder in Form bist? Na. Was soll's. Du musst dich dringend rasieren. Komm. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Muster-Tassette für meinen Videorekorder. Und mit Leibold. Und mit Leibold? Ich kann nicht länger bei dir bleiben. Und mit Leibold. Du willst immer das Unmögliche. Und mit Leibold. Und mit Leibold. Ähm. Ähm. Aber was ist mit deiner Operation? Das gilt vielleicht für Krawall-Goal und Baby-Goal. Aber ich bin weder so naiv, noch so abenteuerlustig. Ich will einfach nur nach Hause, bevor es zu spät ist. Aber ich will doch mit dir nach Elysium. Willst du das wirklich? Ich weiß, dass du etwas beweisen willst. Weil du im Schrott aufgewachsen bist. Weil nie jemand an dich geglaubt hat. Aber würde es dir wirklich gefallen, dein Ziel zu erreichen? Keine Abenteuer mehr? Keine weiteren Pläne? Ich glaube nicht. Aber wo ist das Problem? Warum können wir nicht einfach der Pony ja retten und trotzdem zusammen nach Elysium gehen? Weil es sich gegenseitig ausschließt, Rufus. Tut es nicht? Ich weiß, dass ich das hinkriege. Du weißt eben noch nicht alles. Hast du dich jemals gefragt, warum die Pony ja gesprengt werden soll? Was hat denn das damit zu tun? Einfach alles. Elysium ist nicht das Paradies, für das du es hältst. Es ist nur ein Vehikel. Ein Raumschiff, um die Pony ja ein für alle Mal hinter sich zu lassen. Um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Aber Utopia ist fern. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, genug Energie zu erzeugen, um Elysium dorthin zu katapultieren. Die Sprengung Deponias. Was war das? Elysium ist was? Ein Raumschiff? Hast du es jetzt endlich verstanden? Wenn Deponia nicht zerstört wird, wird Elysium bald zurück auf den Planeten stürzen. Wir können nicht ewig ohne einen Heimatplaneten leben, aber Deponia ist kein Ort um zu leben. Das wissen wir beide. Ähm, okay. Elysium ist also ein Raumschiff. So ist es. Die Väter bauten Elysium, um Deponia zu evakuieren. Um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Leider reichte der Platz nur für einige wenige. Sie konnten nicht alle mitnehmen. Hm. Was ist denn so toll an diesem Utopia? Es gibt frisches Gras, blauen Himmel, klares Wasser, kurz, es ist nicht Deponia. Warum passiert das alles jetzt? Elysium wurde nicht konzipiert, um ewig in der Atmosphäre zu schweben. Der Organon hat Jahrzehnte gebraucht, um die nötigen Sprengtürme zu bauen. Sie sind um den ganzen Planeten verteilt. Nun ist alles bereit. Ulysses Leute haben den Zeitplan eingehalten. Elysium muss jetzt starten. Andernfalls wird es auf den Planeten zurückfallen. Okay. Was wäre, wenn der Ältestenrat wüsste, dass Deponia bewohnbar ist? Ich weiß es nicht. Ein Teil von mir hat immer geglaubt, sie würden die Sprengung ablasen. Aber das war die naive Goal. Okay. Ich glaube, ich habe alles verstanden. Aber... Was aber? Aber ich verstehe es immer noch nicht. Ist es denn wirklich so schwer zu verstehen? Nicht, wenn du es besser erklären würdest. Ähm... Okay. Aber... Was aber? Aber es muss doch einen Weg geben! Es gibt sogar zwei. Einer führt nach Elysium und von da aus weiter nach Utopia. Der andere Weg endet hier auf Deponia, wenn wir ihn denn überleben. Ich habe mich entschieden, Rufus. Jetzt bist du an der Reihe. Äh... Dann nehme ich mit. Dann nimm mich mit nach Utopia! Und die Sprengung Deponias zulassen? Das willst du doch nicht wirklich, Rufus. Es steckt zu viel Gutes in dir. Die wenigsten sehen das. Aber du könntest niemals so skrupellos sein. Und wenn doch, was unterscheidet dich dann noch von Cletus? Dann lass uns zusammen Deponia retten. Ich habe es dir doch erklärt. Deponia zu retten wäre das Aus für Elysium. Es würde als weiterer Müllberg auf dieser Müllhalde von Planet enden. Aber ich kann so nicht leben. Wer könnte das besser verstehen als du, Rufus? Hm. Dann wird es halt etwas Arbeit, na und? Ich habe mich entschieden, Rufus. Es tut mir leid. Es muss doch eine Möglichkeit geben, beides zu vereinen. Vertrau mir! Ich krieg das hin! So wie du mich auch wieder hingekriegt hast? Ich will doch nur eine zweite Chance! Du hattest deine Chance, Rufus. Deponia hatte seine Chance. Manchmal sind die Dinge so kaputt, dass sie sich nicht mehr reparieren lassen. Behalt ruhig die anderen zwei Datasetten. Da sind nur Zweifel und naive Ideale drauf. Wo ich jetzt hingehe, kann ich die nicht gebrauchen. Ich muss mich beeilen. Donners Tauchboot wartet. Wenn ich bis übermorgen nicht mit Cletus in Porta Fisco bin, wird es zu spät sein. Viel Glück, Rufus. Aber... Was für eine Frau. Spinnst du? Sie wird uns alle umbringen. Ich finde sie lässig. Vor allem ist sie scheinbar der Teil, der die Aufstiegscode kennt. Wir müssen sie aufhalten. Aber wir sind eingesperrt. Binde mich erst einmal los, dann fällt uns bestimmt etwas ein. Es gibt immer einen Ausweg. Das musst du mir nicht sagen. Wenn ich den Flach Dryens wöge zu übernehmen habe, ist ein bisschen zu schnell. Binde mich über die Theorie und der Hüffchen, die ich mitami therapists halten würde, was ich wünsche dir noch einmal die проблема für meinen Soldaten, die ich anschließt, den ich zum Beispiel musste können. Und das ist erst deswegen auch so über diesen Ortarias up Originally. Und dabei bedankt die Unsicherheit. Das ist aber auch gut hinten geworden. Und da einen Hüffchen wie lang, es manchmal ist das already behug. Und vor allen Dingen ich đang habe era. Was ich wirklich patrimonium忘bertitiere mich? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, da bist du ja. Bereit zur Jagd? Ähm, Janosch, wir haben wirklich nicht viel Platz auf dem Kutter und... Ja, es ist wirklich schade, dass ich nicht mitkommen kann. Ich würde auch gerne an vor der Stavron kämpfen. Scheide an Scheide. Wie früher. Weißt du noch? Früher? Naja, wohin. Aber leider ist das unmöglich. Ich habe meine eigene Mission. Und die geht unbedingt vor. Unsere Organisation ist einfach noch nie groß genug, um es mit dem Organon aufzunehmen. Meinst du? Darum werde ich ebenfalls nach Borda Wischko reisen. Ich stehe dort mit einer Gruppe in Verbindung, die sich auch dem Gampf gegen die Unterdrückung verschrieben hat. Die Passage ist bereits gebucht. Wir werden die Widerstandszelle Nord errichten. Direkt unter der Nase des Organon. Was sagst du dazu? Ähm, viel Glück. Danke. Eine Bitte hätte ich in diesem Zusammenhang noch an dich. Wenn du in Borda Wischko bist, solltest du unbedingt bei uns vorbeigommen. Die Leute werden mit Sicherheit den geistigen Schöpfer der Unternehmung kennenlernen wollen. Mal sehen. Hier, das wirst du brauchen. Was ist das? Wir haben ein neues Klopfzeichen vereinbart. Das alte war ja auch Mist. Du sagst das. Niemand konnte sich richtig merken. Klar. Du, Janosch, ich muss jetzt wirklich. Ich weiß, du musst los. Das Abenteuer ruft. Genau. Es ruft halt endlich die Backen, du Torfkopf. Na endlich, wo bleibst du denn? So holen wir das Tauchboot niemals ein. Ist nicht meine Schuld. Ich wurde von einem Stadtstreicher belästigt. Wo soll's überhaupt hingehen? Donner, ich sagte etwas von Porta Fisco. Also sollten wir da hin. Ich denke, wir sollten erst einmal die Peilung vom Tauchboot aufnehmen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es einen Funkmast auf Isla Obacht. Vielleicht kann ich den Sender so manipulieren, dass unser Sonar die Signatur des Tauchboots erkennt. Und bis dahin ist Donner über alle Berge. Nein, danke. Ich sage Isla Obacht. Boso ist der Kapitän. Und er ist auch für Fisco, nicht wahr? Also meinetwegen können wir auch zur Polkappe fahren. Hauptsache, ihr einigt euch langsam mal. Genug. Ich entscheide, wo es lang geht. Ähm, Rufus, das ist nicht die Navigation. Das ist mein Urhaar-Entferner. Äh. Okay. Dann haben wir hier wahrscheinlich wieder ein berühmt-berüchtigtes Minigame. Und wir entscheiden, wo wir uns hin navigieren. Aber dazu mal in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal.